Jo Leute, das ist jetzt ganz wichtig. Wie viele von euch vielleicht gemerkt haben, habe ich am Wassencontest teilgenommen. Das Problem ist, der Veranstalter wollte ein Turnier machen von 8 Teilnehmern, hat jetzt aber noch nicht genug zusammenbekommen. Es sind noch einige Plätze frei, 5. Und da wollte ich jetzt mal an die 1.000, ich gucke mal eben, die 1.000, 1.657 Abonnenten mal schauen, ob da ein paar Rapper dabei sind, die vielleicht Lust haben, auch hobbymäßig rappen, nicht jetzt professionell. Das ist alles nur zum Spaß. Vielleicht mal Lust haben, da teilzunehmen. Denn ich habe bereits eine Einsendung gemacht und ich brauche jetzt auch noch einige Gegner, sonst kommt es nicht zu einem Turnier. Ich werde das mal verlinken. Wer interessiert ist, kann mich einfach mal anschreiben. Einfach den Kanal anschreiben, wie das geht, wisst ihr ja. Das wäre ein super Push für eine Oh-Minuten-Grenze.